Nix... Nix... Ich liebe mein Glück... NICHT! Ich liebe meine Güven... Ich liebe meine Güven... Ein Leben! Bro! There is a pro game! Wenn ich einen Spieler treffe, tot. Tot! Einfach nur tot! Gönn dir! Gönn dir! Gönn dir! Digga, den Typen, den ich mit einem Leben umgebracht habe, der hat sich peinlich gefühlt. Und zwar richtig hart. So richtig peinlich. Weil gegen einen Typen mit einem Leben zu verlieren, dass es zu peinlich hat. Das ist viel zu peinlich. Er dachte sich so. Ich bin so schlecht, Digga! Oh mein Gott, bin ich schlecht! Was dachte ich? Ich hab mir über so eine Sache auch gedacht. Wenn man mit einem Typen, der so wenig Leben hat, stirbt, dann fühlt man sich richtig scheiße. Oh! That is a wrong number! Ey, jetzt will mich das Game aber wirklich verarschen. Jetzt gibt es mir zum Beispiel kein Schild. Ich bin Schildlos durch die Nacht. Fliegen. Ich brauch Schild. Aber ich bin Schildlos. Weil ich kein Schindel. Weil ich kein Schindel. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hasse Hacker, Leute. Ich hasse Hacker, Leute. Bruder. Hattest du? Ich hatte keinen einzigen Schild, Digga. Ich hatte keinen einzigen Schild, der verliert. Bruder muss los. Ich hatte nicht mal ein Schild. Und er verliert gegen mich. Er hatte nicht mal ein... Ich hatte nicht mal ein Schild und er verliert gegen mich. Nicht mal einen Schild hatte ich. Bruder muss los. Da kann man einfach nur sagen. Schlecht! Das würdest du denn dazu sagen? Schlecht! Oder schlecht? Würde man sagen schlecht. 200 Leben versus 100 Leben. Und ich habe trotzdem gewonnen. Und ich habe trotzdem gewonnen. Obwohl ich 100 Leben hatte. Einfach nur Bruder. Mach Schluss! Kriegeln! Armelin! Oh mein Gott! Was ist das da? Hin... Was ist das denn für ein Bau-Battle? Was ist das denn für ein Bau-Battle? Was ist das denn für ein Bau? Okay, hier ist niemand. Aber ein krankes... Da... das war doch egal. ... Nein, nein. Okay. Auf einmal liegt er so ein Madkit. Ich hab grad mehr im Badatengeld auf einmal steht er so ein Madkit. Das ist so ein Madkit. Alles klar. Und im Netz habe ich jetzt echt fast gar nichts. Da sind insgesamt 5 Ballons. Das Ballons reicht mir. Das war's. 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 Schockenwägen, Renate. Die könnte ich gebrauchen, um hier hochzukommen. Das ist auch mein Eibrot. Niemand ist ein geiler Eibrot. Das ist eine starke Übersicht. Ich muss sagen. Das ist ein besserer. Nee, schlechter Oberk. Fail Army. Schlechter Oberk. Weil der nicht in der Sohn ist. Ich geh lieber hier weg, weil hier gleich keine Sohn mehr ist. Digga. Falsche. Jetzt musste ich diese Scheiße machen. Wär fertig. Hab ich die Scheiße schon mal gemacht. Falls da jemand ist. Wöö. Okay. Okay. Krasse. Waffen. Dann muss los. Was ist das? Was ist das? Ich hab sowas noch nie gesehen. Was ist das? Lieber runterschießen, als vielleicht, dass das Spiel ist. Und dann zu sterben. Und dann zu sterben. Minigand geschlachtet. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Bis dann schon wieder verstärkt. Entwenden Sie sind mega PRO. Sohn. Ich glaube nicht. das ist das das ist scheiße der geht aber durch dann noch mehr jetzt hat er nicht noch geladen leute wir haben schwierige box ich warte nicht es 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott! Ich verwandelt von der Waffe! Das war's für heute. Das nennt man Halleluja. Und zwar nur ein Mini, aber es sind Minis, okay? Es sind Minis! Die Nieger. Letzter Hoffnung. Ich kann auch 15 Kills machen und hiermit... What the heck?! Abort nicht! Oh mein Gott! Ach du heilige Scheiße! Okay. 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 Once youした 30 day! This is so stabline, oder? Okay. We're gonna beooking out. We're going to begin! Okay. You're going to work. We are going to do a break. All right! We're going to do a break! Bye! You're going to do a break! Untertitelung des ZDF für funk, 2017